In § 14 des Berufsbildungsgesetzes ist geregelt, welche Pflichten dein Ausbildungsbetrieb hat. Dein Ausbildungsbetrieb muss dafür sorgen, dass er dir die beruflichen Fähigkeiten vermittelt, die du brauchst, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Dabei muss der Betrieb sich an die Inhalte und zeitlichen Vorgaben halten, die in der Ausbildungsordnung festgehalten sind. Dein Ausbildungsbetrieb muss dir einen Ausbilder oder eine Ausbilderin zur Verfügung stellen. Der Betrieb muss dir Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung stellen. Das sind zum Beispiel Werkzeuge und Werkstoffe, die du für deine Berufsausbildung und deine Prüfung benötigst. Er muss dich dazu auffordern, zur Berufsschule zu gehen. Er muss dich charakterlich fördern und darf dich weder sittlich noch körperlich gefährden. Er muss dich dazu auffordern, ein Berichtsheft zu führen und er muss dieses regelmäßig durchsehen. Das Berichtsheft darfst du am Arbeitsplatz schreiben. Dein Ausbildungsbetrieb darf dir nur Aufgaben übertragen, die dem Ausbildungsfekt dienen. Die Aufgaben müssen für deine körperlichen Kräfte angemessen sein. Der Betriebanya Die Ausbildungsbetrieb Der Betriebene Untertitelung des ZDF, 2020